Nein, Quatsch, mein Ding ist ein bisschen einstellen, sodass es nicht irgendwie wegfällt oder... Oh, so passt das schon. So, Stream ist online. Chat sehe ich auch. So, warten. Hallo, Dennis. Pasti, hi. Hi, 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 hi. Hoi, 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 hoi. Guck mal, irgendwas, wenn ich starte, um die Sammelsflüsse. Ein Porträt er verschicken. Hier sind die Toten. Ich will das mal sehen. Alles war ja gut. Hallo, Jan. Schönen Abend. Hallo, Tappi. Hi, 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 hi. So, dann kann ich ja fortsetzen. So, wir sind jetzt hier in einem Miedenschach mit Chris und Jessica und versuchen, hier auf dieser Höhle zu einkommen, um zum Weg zur romantischen Liebe zu gehen. Oh, wie soll das denn? Oh, wie soll das denn? Stimmt, ich kriegst einen Jess. Sorry. Hallo, Pasi. So, das waren Mike und Jessica. So, da muss ich hier noch vermeiden. Ski, ich weiß, was kommt schon. So, eins ist ja noch so. Ist es so schön. Oh, ein Teleskop! Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte... Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Hm. Also, hier in der Hütte sein? Lass mal sehen. Okay, ist gut, Basti. So. Äh. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Äh. Möglich. Möglich. Aha. Sie hat es gemacht. Oh. Wer ist das? Mhm. Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Oh. Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Und ich. Was? Michael. Ich habe eine Mega-Idee. Was? Ich muss lang. Los. Wir streichen einen Bären. Komm schon. Bitte. Komm schon. Äh. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Schweren direkt im H daí. Weil wir es nicht richtig klappt hat. Die neue Zeitung. Spher wszystkich. � Hähä! Ich hab so einen Wobel. Das ist gar unvoll. Vorsicht, Spatten hören! Ich hab auf! Auf die... Wow, du Flittchen! So, erst mal hier mein Co-Moderator. Weiß ich mich jetzt? Kannst du gehen? Ey! Keiner von uns ist fest, ne? Oh! 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 Es war schmügel, wie jeder andere auch. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Wow. Was war das? Ein komisches Tier, denke ich. Unkraut vergeht eh so schnell. Moment, ich bin mit Josh und Paul nach dem heißen Lodge. Okay, der müsste, glaube ich, gut sein. Okay, dann die Freude. Das ist so komisch, wenn man kaum was sieht. Das ist so komisch. Ich tue mal... Ah, das ist, glaube ich, kaum sichtbar. Perfekt. Boah, jetzt ist es hell. Jetzt ist es besser. Was sind denn da Sachen? Tattoo-Krüstler. Tattoo-Karte. Tattoo-Krüstler. Tattoo-Krüstler. Das ist so komisch. Sie hat ein Pämpfisch. Tattoo-Krüstler. Tattoo-Krüstler. Oh, das ist so cute. Liebe Hanna, es wäre klasse, wenn du dabei bist. Mega-Party um 19.30 Uhr am 37. Hier, Casa de Maik, bei mir zu Hause. Um Antworten geblieben. Hey Hanna. Schwer verliebt. Oh, das ist wahr. Gibt es hier noch was? Hier da unten. Hallo, es schreit ja förmlich nach Maik. Oh, hauptsächlich. Oh, das wird nicht funktionieren. Er ist halt verrückt, der Barker sieht gerne. Er ist ein extrem gut aussehender Typ und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Modotone-Leiter am Klavier, liebst auf oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf uns zu Hause weg, lass dich tätowieren oder sowas ehrliches. Alles was einen aufmerksam erregen könnte. Hey, du tust also für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Und so hat sie wahrscheinlich ihr Schmittlings-Tattoo gemacht. Weil sie es wahrscheinlich tatsächlich nicht gemacht hat, was gewesen ist. So, dann machen wir auch schon. Und jetzt ziehen wir viel mehr. Es ist so schön. Ah, da kommen wir noch gar nicht vorbei. Ich finde das Haus voll schön. Ich will auch so ein Haus. Hallo, Whisper. Ich bin auch sicher. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Auf geht's, Josh. Auf geht's. So, und sind die Kerne. Ich will mich auch ganz gerne... Mich doch noch ein bisschen... Ah, ist verschlossen. Okay, dann kriegen wir nach unten. Oh, du bist noch kurz da. Ich darf dich nicht mal Pappnagen bringen, aber du schon. Okay. Lester, Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Pappnagen. Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ja ein Hexenbrett. Ja, ja, ganz toll, oder? Warte, soll das heißen, wir machen eine Seance? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris? Na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Ah, okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust, mich zu begleiten? Na, müssen wir wohl. Einmal heißt es aber was haben, nicht nur. Es ist so düster, es gefällt mir. Es ist so düster, ich hoffe, es passiert mir was. Ich bin ein paar verschrocken. Es geht so schuld. Kein Schubser. Irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Wir sind auch hübsch. Alla, ist da. Okay, hinterher. Weißt du, Sam. Ja, Josh. Ich wollte nur sagen, ach. Was? Danke dir auf das Bar. Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Berühmt. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Und wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Oh, kacke. Was hat er vor? Nee, schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Nein, ich palle auf die Schnauze. Nein, ich palle auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Ich palle 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 auf die Schnauze. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runter gehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Auf wo ist es wieder angekündigt. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Wie fand ich das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hm, da kann ich zuhören. Ich komme hier da. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir müssen den Halt wiederholen. Was passt auf Hilfe? OK. High five. Ja! Das ist okay, wir haben keine Hilfe für uns. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein, jedenfalls nichts Schönes. Hete Nasta! Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Nein? Ah, zeigen wir. Ich hatte keine Angst. Nein, nein. Du bist gehüpft, weil du schon mal üben wolltest fürs Erobek. Sei mal kein Arschloch, okay? Ich bin überhaupt nicht gehüpft. Was ich gesagt habe war, was war das? Eine völlig normale Reaktion auf super gruseligen Krach in einem super gruseligen Keller. Okay, du hörst das doch auch, oder? Ja. Josh. Was? Der Rhythmus ist... Seltsam, gleichmäßig. Ich... Ich... Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Meinst du, wir sollten nachsehen? Entweder beide ist Marco oder nur einer. Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht oder ist es dein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Das ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Das ist doch hier, weil die Pakete aufzuschieben ist. Oh! 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 Oh, was zur Hölle! Oh! 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 Oh, komm schon! Wieso ist die abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt. Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Ich hab dich erwischt. Was? Schön, schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig macht. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Bitsen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße. Du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose gemacht. Josh! Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Oh Gott. Bitte sag mir, dass du das Schweigelgelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Na, nein. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Oh, hallo. Oh, die Fenster sind schon genannt. Ja, Mann. Ich glaube, ich bin verrückt. Ich glaube, er auch. Ich war schon immer verrückt. Eine Freak. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Hast du auch diese Furcht? Kommen wir nicht so nah. Ja. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Oh, das ist eine Spinde. Verstehe. Also, Chris hat Angst vor dem Versagen. Hast du Mitleid mit ihm? Hm. Nö. Gewiss. Das sieht man an den Entscheidungen, die du triffst. Du bist komisch. Hast du schon mal jemand gesagt? Ey, ich bin mit dir. Ey. Kommen wir jetzt nach. Und jetzt. Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Oh. Was du wertschätzt. Was du respektierst bei dir und anderen. Bibi, Basti. Ich mag es nicht. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Loyalität oder Ehrlichkeit? Eigentlich Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Ja. Und was ist mit Ehrlichkeit? Und Nächstenliebe? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm. Du schenkst dich drauf, es ist Ehrlichkeit. Ich mag Ehrlichkeit. Hehehehe. Nächstenliebe wird überbewertet, Schätze. Ich lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Oh, nein, 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 nein. Na, wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Okay, das war viel zu schnell. Wir sehen uns bald wieder. Der Typ ist gruselig. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Ich kann mal wieder sehen. Was ist Sherisha? Oh, ich bin wieder durch mit Zweck gekriegt. Es war nur ein Spaß, Han. Oh, gern wissen Sie. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen. Wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Josh ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen, sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin tot ernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Oh, ich bin Ashley, jetzt mal. Äh, ernsthaft. Okay. Ähm, ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Finger aufs Brett. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Der bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Stell, frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag wer es ist. Wer spricht dann mit uns? Hannah? Bist du das? Ja. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher, wir können noch aufhören? Nein. Alter, äh, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ach, ich komm schon klar. Okay. Ähm. Mal überlegen. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B. E. T. E. L. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. E. E. L. L. E. D. Nein. Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streif. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Es geht noch gar nicht weiter. Es ist gerade so spannend. Wie bist du gestorben? Okay. Okay. Wie bist du gestorben? Hannah, was ist mit dir passiert? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein. Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht echt schuld. Ich brauche ihn, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt... Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Und wir gehen wieder mit Mike. Und wir gehen wieder mit Mike. Ich denke, wer ist... Ich weiß nicht, ob sie irgendwo in den Toten liegt. Das ist nicht witzig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo in den Toten liegt. Süße, bist du da drin? Ich glaube, ich habe so ein paar antworten sie. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde Oh mein Gott, das war so genial Warte, 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 das musst du sehen Ich will mir das nicht, nein, nein Du hast das aufgenommen Oh Gott, dein Gesicht Ich hatte Angst, Jess, du kannst dich einfach so aus dem Gebüsch springen Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig Oh, hab ich dich erschreckt Wenn du das irgendjemandem schickst Dann was? Mach ich dich kalt Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht So weit ich sehe, ist sie aber noch trocken Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mir anstrengen Du willst also mehr Na dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste Ich werde beobachtet Ich werde mich nach Continue Oh, du kannst dich etwas tun Oh, das ist immer noch ein bisschen Gehen! Wie bist du... Totem? Wie kann man denn? Ok... Sag es halt noch ein bisschen Aber simplify Wow, das ist ja ein echtes Hinterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. So, die beiden gucken. Also noch wollen wir mal drücke gehen? Was ist denn das? Hat da jemand ein bisschen beschrieben? Nein, nein, bestimmt nur ein Eichhörnchen. Aber die Grafik ist cool. Abartig. Was? Was? Das hab ich auch gehört. Hallo? Jemand da? Mann! Mann! Ja, das hat er flach. Mann! 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 Das ist ein Gericht! Wir haben uns fast umgebracht! Okay, wir gehen noch weiter. Hab ihr euch schon mal bisher einmal erschreckt? Also ich hab mich jetzt bei mir jedes Mal erschreckt. Ich bin noch mal aus Hause. Ist genau so wie du's beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Yeah. Ich bin endlich wieder verdammt gut. Rein. Wieder rein. Oh. Nein, sind wir jetzt. Komm. Hallo Guru? Wie. Was? Nein, 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 nein! Oh, nein, nein. Oh mein Gott! Oh! Ich mag es nicht, mich jetzt auszulachen. Die Lache ist mein. Oh nein, das ist nicht fair. Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey, du wirst tun, was ich nur kann, um dich aufzuwärmen. Dann beeil dich aber mal. Unterschätze meine Augen, dann kannst du nicht. Okay, sopia. Oh Gott. Oh, das war ein Räuber, mein Schpia. Ah, scheiß Viech. Was ist das? Eww. Da bin ich ja echt zerfleischt. Verlust dich. Verdammt. Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Erlöse das hier. Erlöse das hier. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende. Okay? Oh, nein, nein, nein. Okay. Okay, Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay, okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab. Lauf! Oh mein Gott, was soll er denn machen? Keine Ahnung. Ich brich nicht den Schein an. Schönerin. Zieh nach mir! Auf die Rewe! Schönerin. 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 Gott, Gott. Bleib auf dem Weg. Wir sind fast da. Facher. Oh, go, go, go. Jess, Jess, steh auf, schnell! Los jetzt! Oh, mein Gott! Das war knapp. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Ist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Im Internet sieht man da nicht. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Sophie ist gut. Nur fast. Ah, typisch. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Da ist keine Gelände gesprungen. Okay. Oh. Oh, wir können doch eben sowieso mal gucken. Genau. Nein, wir haben schon einiges. Einige sind ja da, können wir da ein Hinweisen. Ja. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Bäh. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja. My Lady. Wäre es nicht sicher. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ey, man muss wieder noch arbeiten. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Okay, Streichholz. Streichholz ist nicht klar. Einfach. Oh, scheiße. Kacke. Mike? Was? Oh, scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helf ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen den Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass. Bis auf die Knochen. Bloß wegen dir. Beschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Bestimmt hab ich's im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig. Also, was soll's. Hey. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Oh, keine Ahnung, er kann sie nerven. Loki, Loki. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki? Nö. Vollkommen in den Touchpad. Mark 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wär's entspannter. Äh, na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich, irgendwie, ich bin noch nicht so weit. Mach ich irgendwas falsch? Nein, 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 nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Äh, Jess? Äh. Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja. Gib mir ne Chance. Und ich werd dir zeigen. Was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Oh. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Ähm, kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühl mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay. Äh, Fensterläden zu. Wow, Jess. Sieh dir das an. Ist das ein Feuer? Nein. Viel cooler. Na, schrotz. Na, schrotz. Ne? Gefall ich dir? Mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Herd? Nichts? Nein. Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Ich komm. Ich komm. Tut mir leid, sorry, ich glaube ich bin ein bisschen durch den Glück und mir fällt so schwer, das jetzt durchzuziehen. Ich glaube, andere ganz andere Dinge genannt haben. Also, ich geb mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Die ist gleich wie ich. Jess, das kann ich dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher, aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber das ist echt. Ja. Ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Du hast solche Typen. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Oh. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Hände. Nein, ich bin nicht so... Nein, ich bin nicht so... Nein, ich bin nicht so... Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam heute Schwester! Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten! Wir gehen mit den fetten Hintern! Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Könnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, wartet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich fricken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex! Und der wird echt heiß! Also, genieß es! Denn wir werden das ganz sicher tun! So eine Scheiße! So eine Scheiße! Ich bin jetzt bei der... Ach! 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 Sophie, schick uns mal ein Lächeln! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? ich weiß nicht ob ich mir das überwünsche oder nicht wir sollten es rausfinden und die jessica ist weg nicht nur auf dieser wege ja ich meine er sah aus als hätte er sich im griff aber aber nicht über seine schwestern reden soll ja aber nicht so nicht wegen einer seance vielleicht war das echt so viel alles okay ich glaube schon was ist ein knopf oder sollte da ein knopf sein sehr gute frage ich drauf drücken dazu sind knöpfe da schätze ich knöpfe drücken wow band geht auf kopf explodiert sind wir hier in einem film oder so was falls ja hoffe ich auf eine komödie typisch für die washington sogar mit geheimen gängem im haus vielleicht wussten sie nichts davon das haus ist super alt und sollen wir reingehen ja geh vor nein 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 du gehst vielen dank gern geschehen ein tee oh oh wow ist das ich wollte sie weglegen ich werde sie ich werde sie holen und die schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche weise auf 16 beschüsse jahre 16 habe ich auf beiden süßen hänner und bett gewartet ach du scheiße ich ich will nicht dass du durchdrehst aber sie mal hier was chris was ist das ich ich glaube der beweis den uns das hexenbrett zeigen wollte der hinweis ja es ist ein brief lass mich sehen es ist eine drohung chris das ist kein spaß wir müssen zu josh jetzt gleich ich muss mich wahrscheinlich josh suchen ja ja ne ist klar ne 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 Oh, die Camp geht immer näher. Ich seh nix. Doch, das war wirklich jemand hinter Hannah und Bethair? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Also, äh... Ich spüre es, ich spüre es. Ich hab über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Äh, da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Und da war der irre Psychobrief. Chris, denn das deine Art ist, mich aufzumuntern. Bist du gefeuert? Hörst du das? Es war Josh! Es kam aus der Küche. Josh! Josh! Wie kommt? Halt ruhig! Ashley! Ashley, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Halt! Ich! Ich! Werde! Rrrr! Oh. Hesh! Hesh! Oh! Überraschung! Hi! Ich denke, das ist doch noch eine Post von jemandem. Nee. Oh! Äh... Nau! In der Basel springt die Mauer. Äh... Hoi, hoi! In der Baum. Äh... Eww... Das sind immer gruselig, aber... Das ist klar. Die Räume werden immer schlimmer. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Und magst. Oh! Oh! Boah, ich mag eine. So. Das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Und... Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Ähm... Oh... Okay... Da mag ich... Sein Liebsten. Da mag ich tatsächlich... Matt... Matt am besten. Ah, das schlägt ja den Schle. Ich finde die voll süß. Da mag ich Mike. Das ist wirklich komisch. Aber... Aber... Mal sie kann wieder rum. Ja... Ich fange mich nicht so an. Oh... Tatsächlich Josch. Da mag ich Chris gerne. Du bist komisch, hat es mir schon mal gesagt. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, dass du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ähm, Emily. Das stimmt, das stimmt. Zeit ist gut. Doch, ich mag nie, wo? Ich mag es sogar noch von Emily. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das... das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ah! Hey! Uh! In die Presse. Komm her. Ja. Vielleicht hab ich ja auch ein Händchen für dich. Hä? Ah! 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 dear God. You have to feel like. th quello... Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! So ein fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! Ich mag es einmal. Oh mein Gott! Scheiße! Fuck! Fuck! Jess! Nein! Nein! Was ist ein Wunder? Es ist eine Wunder, ich gebe dir, du sagst! Das ist schon mal. 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 weiter 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 rein 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 Verdammt! Oh, shit! Nein, nein, verdammt, nein! Oh! Guten Abend, Hans! Guten Abend! Jessica! Shit! 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 Jess! Jessica! Ich komme! 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 Hol' ich Ich komme! Ich komme! Ich komme! Shit! Oh! Aber ich habe noch ein paar andere Diener rennen können. Scheiße. Was ist das für eine Wuder? Oh, was zum... Oh. Oh. Oh nein. Ashley! Ash! 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 Wahrscheinlich hat deswegen so Asti auf dem... Nein, ich weiß nicht. Ist sie daß? Nicht gut. Oh oh. Nicht gut. Oh nein. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, sind beide Füße angeschlagen. Oh nein. Oh nein. Rein geht's. Was zum Teufel? Nein. Ich muss mir eben kurz meine Füße ändern, weil ich jetzt wirklich... Ja, ist doch gut. Ich bin ja so. Ich bin ja so. Oh shit nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Was sind los? Habe ich Blut im Gesicht? Ashley! Ist jemand da, Ashley? Ne, bitte keinen Spoilers, bitte. Was zum Henker? Wer tut sowas? Esa, Pavi. Ich will es nicht wissen. Oh, Toten ist jetzt nicht. Oh, das ist doch mein gutes Toten. Mein gutes Toten. Äh, ok. Hi, Lucas! Oh, shit! Emelda! Hier ist ja wohl noch lang. Oh, shit! Oh, shit! Okay. Um... Äh, geht's hier weiter? Leute, geht's hier weiter? Das ist ein deutsches Auto. Das ist ein deutsches Auto. Oh, du bist so. Hey! Du musst da gehen, oder? Es ist so gut, oder? Ich bin in Kürt. Ach, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ashley? Ah. Ash! 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 Ash? Das ist meine... Meine... Ash? Ashley? Gott verdammt Ich bin hier Wo bist du? Da ist sie. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Trainnehmer, der entscheiden wird, welche Testpersonen überlebt und welche stirbt. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris. Das kannst du nicht tun. Lass mich sofort hier runter, du Psychopath. Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott, das ist nicht fair. Ash oder Chris. Nein, ich glaube, Ash, überhaupt nicht. Alter, Kumpel. Oh mein Gott, Fred. Ich will nicht. Lass mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Scheiße. Josh oder Ash? Ash? Oh. Jessie ist gejoght. Also, Ash jetzt retten. Okay, jetzt ist es unerschiebend. Soll ich jetzt schon mal zählen? Ash. Ash, du musst nicht sterben. Ich hole dich da raus. Danke. Danke. Bitte nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Das will nicht mehr nur ein Chris. Bitte sag mir, dass ich mir das... Nein, Chris. Oh nein, halt. Nein, 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 nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Sorry, 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 sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte. Nein. 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 Oh Gott, das kannst du nicht tun. Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, oh mein Kind. Ich soll uns hier noch. Nein, 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 nein. Nicht hinsehen. Oh, denn nicht, Chris. Bitte sag mir, es geht ihm gut. Das war zu Josh. Ich komme es. Ich hole dich da runter. Psst, hör auf. Bitte. Komm, komm, los. Wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Nein. 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 Wofür ist der hier? Blut? Blut? Wesen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh pass, Mann. Der Stot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Der Fisch ist, der hier. Der Schild, der hier. Der Psychopath. Der Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Der Psychopath ist. Er hatte eine Säge und es hieß, er oder Ash. Was soll dich denn Eltern tun? Sie hat ihn zersägt. Überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris. Was? Ich, ich hab ihn getötet. Ich, Chris. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesiegt. Hey, wir werden die Sache klären. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Anne, wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut, du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn ihr im Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Das ist immer eine Einladung, Chris. Ich bin ja von meinem Bruder auf dem Account. Ich bin ja in der Einladung aus Fortnite. Oh, jetzt ist er auch noch. Oh, jetzt ist er auch noch. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest. Ja. Alles gleich gut. Alles schön. Ich bin ja still. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Mir ist klar, dass es nicht gut für dich ist, nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Das war so ein Weg. Das war so ein Weg. Ich erkenne nicht ganz. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Pack die Spitte weg. Ah, der Kern des Problems. Alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ja, kann ich. Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube, die Zeit ist um. Ja, die Zeit ist um. Und wieder ein Kapitel durch. Tut mir leid. Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, Glaster. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, wie tust du das? Das ist wahnsinnig besser. Oh, wie tust du das? Oh, wie tust du das? Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ich habe meinen Fuß wieder angeschlafen. 2, 6 Stunden bis zum Morgen. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Scheiße. Verdammt. Ich muss aber ein Klamotoren gelesen. Komm! Was ist, Chris? Sehen wir uns das mal genauer an. Was ist, Chris? Das habe ich gesagt. Up geht's. Bel Sie? Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Dann gehen wir mal rein und sagen mal hallo bis zum Sonne. Das war's. Die Sorge fällt überhaupt nicht, wie ihr euch das schon erzählt. Ach, das sind die Latelle, die ein bisschen quietschen. Ah, hier ist was. Eine Kamera! Kaputte Kamera ist nur ein Beispiel. Okay. Aber... Okay, dann geben wir mal den nächsten. Da ist was. Eins. Der Zeitungsbericht. Verschwörung am Blackwood Mountain. Das war's. Und das ist der Liegeangriff. Und das ist der Liegeangriff. Und das war jetzt wieder schön. Und das war schon gut. Okay. Okay, wer das lehnen wollte, hätte es sich am besten jetzt posten müssen. Ich lese das nicht alles durch. Das ist viel zu viel. Okay, da haben wir alles durch. Nehmen wir weiter. Da ist vielleicht etwas. Und noch ein Gericht. Woiusxa, Red Psalm, reinsteigtaden. Und du musst ganz plain. Nehmen wir wieder an Lesson lead was nicht. Denut nochmal Kotb. Wenn du rauskommst, werden sie jetzt im Gebot leitet. Obwohl sie das Mal nicht hinhalten sollen. Lass dir dochunci. Lass говорят, wir brauchen einen Anwesen. Ich bin 21.5 bis jetzt, weil ich noch ein Brot-Bogen bin bin. Okay. Ich gebe ihn mal einen Tag. Oh, meine Füße hielt einfach. Bye. Ich hätte mal eben kurz etwas anders sehen. Übelst kann ich meine Füße schlafen lassen. Bye. Da ist eine Füße. Oh, eine Maräte. Oh, scheiße. Krass. Cool. Meins. Gefällt mir. Ich will wirklich alle Beine einschlafen. Das ist so kacke. Chris, du wolltest mir doch noch eine Frage stellen, oder nicht? Telefon. Um zu bemerken, ich bin nicht in meinem Füße. Ich bin wirklich unten. Das... das ist... was könnte... Viele Tage werden sie uns hier festhalten. Wer würde denn... Dum dum dum. Das ist echt krank hier. Ja. Da war ein Bildi. So. Sag das doch. So, Chris. Du wolltest mir etwas sagen. Oder hast du das... ... ... ... ... ... ... ... Okay, okay. Achso, das wolltest du sagen. Okay. Sag mir das doch. Oh, ein Skeletti. Darf ich den eingraben? Ein Bulle? Bitte. Bitte. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Danke schön, Chris. Ich geh nochmal nach oben. Komm ich da irgendwie in den Raum rein? Hier, ne? Oho, boi. Mann, ich kann auch nicht in den anderen Raum. Ich muss mal in den anderen Raum. Oh, da ist dieser Hand. Nein. Nein. Ich weiß gleich, was passiert. Ich weiß gleich, was passiert. Ich will in den anderen Raum. Da ist was drin. No. Oh, okay. Gehen wir mal zum komischen Ding. Das ist gruselig. Nein, ich will nicht dazu da. Nein, 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 nein. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Nein. Ew. Findest du? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Ja, um hier raus zu können, ja. Kannst du meinetwegen auch den Rückweg antreten und brauchst nicht mehr hier reinkommen. Nur um diesen Scheiß-Typen zu verfolgen. Willst du hier echte Schlüsselkarte? Oh, das ist ein Krematorium. Es kühlt. Oh. Das ist gar nicht drin. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Dann habt's nicht rein. Huuu. es ist ein hoher Blutverlust der Tod durch die Träne aussehen Unfall, Selbstmord oder Mord, Arterverletzungen, Fleischwund, Schafwäsche und mögliche Fingernägel ok haben wir auch den Eintrittstos gefunden, Teillegende und anscheinend vom Angreifer gegessen lecker hat er bestimmt Riesenhunger gehabt oh hier kann ich ihn noch öffnen oooook liebe Leute, wer ist euch zu ruhig, bitte jetzt abschalten scheiße ist das krank wirklich krank da ist die Schlüsselkarte, ne die Schlüsselkarte ne die Schlüsselkarte ok, sehen wir mal ich kann die Hand umgehen, oder? ich umgehe die Hand, ok? wenn nächster Leute, muss ich an die Hand ich will nicht zu der Hand, weil ich wollte was hier wenn das nicht zu der Hand zu der Hand ist im Moment nicht zu der Hand ist ok, muss nicht ok, wer will das alles sehen mit der Hand mit der Hand der sag ich Frage, wer möchte es sehen? Ich habe jetzt kein Problem, wirklich zu der Hand zu gehen. Bloß wenn ich nicht muss, dann muss ich nicht. Aber wenn ihr es sehen wollt, schreibt es rein. Wer möchte es sehen? Der schreibt ich rein. Okay, der will mich jetzt reißen, reiß ich mich schon. Tabi, hast du das nicht selber gespielt? Ich glaube, ich habe das Totem sogar. Oh, ich habe welche verpasst. Kacke. Zwei Tode. Egal. Ist das nicht bei Gefahr? Nein, das war das Falsche. Das war immer noch das Falsche. Das war das Glück. Das wäre gewesen. Ganz einfach. Finger ab. Okay, danke. Okay, ich war nicht. Ich wollte nichts sagen, wie ich sah. Was ist das? Renn, renn, renn! Da, da! Das ist bestimmt ganz lieb! Was für ein reizender Psycho-Bau! So, dann müssen wir jetzt hier bleiben. Chapelle? Ach, du Kacke, okay! Das ist gut zu wissen! So, jetzt haben wir ja die Schlüsselkarte. Jetzt kommen wir doch da durch die eine Tür! Warte, 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 warte! War das gerade nicht die Tür? Ja, da ist die Tür! Dann haben wir jetzt eine heilere bei uns! Ein Team! Nein! Sei lieb! Warte, 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 warte! Oh, ist der voll süß! Guck mal, seid mir sogar noch ein Freund! Geh mal zum Befehlen! Ich streiche mal! Okay! Annähern! Komm! Der hat Angst! Oh, guck mal! Wie ist das? Ja! Streicherleleiten mag doch jeder was! Oh! Anna ist auch schrecklich! Oh, die ist gleich da! Na, siehst du! Na, siehst du! Eine Zigarre! Der Rauch, also! Ist nun weiß! Ist alles weiß! Warte, stopp! Okay, komm, dann kann ich's mit! Du hast'n mitgezählt was! Oh! Da ist da nichts gruseliges drin! Mach mal! Du hast'n mitgezählt! Du hast'n mitgezählt! Du hast'n mitgezählt. Ich schaffnet das! Warte! Du hast'n mitgezählt! Ja, wie süß. Oh, jetzt will ich auch einen Ball tragen. Oh, da ist noch was. Oh, Energy. Um was zum Anziehen. Oh, komm schon! Komm schon! Das war immer. Klar würde er sich freuen. Mhm, da ist noch ein Puzzle. Was für ein Frick. Aha. Verkoksen scheiße. Und hier geht's zum Ausland. Ach, was laut. Oh Gott. Und hier ist es noch irgendwo tot. Es ist ein Sticky Sticky Ah, okay, okay, Spaß. Mücke, verzieh dich. Mücke, verzieh dich. Ah, mein Expo ist nicht so fassend. Oh, ich weiß nicht, was wir drin haben. Und wo? Messing Glückwunsch. Oh, ist nur ein Kugel, Mann. Oh, der ist ein Psychopath. Oh, der ist ein Psychopath. Oh, er ist ein Psychopath. O. Also, wenn wir den Pissens so du dich sind, würde ich ganz gerne langsam ausmachen, weil ich kriege hier gerade einen Mückenschwarm. Und dann werde ich zur Stochen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Mir geht es auch noch besser, wenn ich eine Waffe habe. Reicht die Tür auf, oder? Keine Ahnung. Da. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal meinen Lippenstift durch diesen Schlitten. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Komm. Ich passe nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwänge mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans-Appen. Wie bitte? Ist dein Talent? Schön, dann mal los. Ja, hab ich auch. Und das ist auch süß. Ach, komm, da passt ich sogar noch durch. Und ich bin nicht lang, bis der. Oh, mein Gott. Das ist Pechschwarz. Das ist echt nicht mein Ding. Ich bin ja hier. Ich kann nichts erkennen. Hier steht so viel Krempel, über den die Sten die Stolperer. Ist schon okay. Ist da ein Riegel? Irgendwas. Oh, Matt. Das ist Spinnen hier drin. Oh, mein Gott. Ja, komm an die Tür. Oh, mach auf. Oh, wow. Geschafft. Super. Du wachst. Du warst auch gut. Das war gut. Und wir waren gut. Ja, absolut. Erster Samen. Ich hätte so viel verrecken lassen. Gott. Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Was ist mein Ding? Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Na, das ist nicht. Nein, du bist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ich kann nicht springen. Das ist total demoliert. Blöde Kuh. Gin. Oh, eine Karte. Oh. So, wir sind jetzt bei der Funkanlage. Keine, da ist das Haus. Da oben ist das Sanatorium. Feuerwachtturm. Ach, dann müssen wir hin. Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn entgangen, bringen uns etwas unternehmen, ha? Die, 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 die. Wow. Ah, da kamen wir. Okay, okay. Ähm, was gemein mit Konsolen? Ja, blöde Kuh. Ja, blöde Kuh. Geh, die, die, die. Geh, die, die. Hier gibt es so viel Schuhe, da muss doch was brauchbares dabei sein. Ich würde gerade komplett zerstochen. Ey, komm. Keine Ahnung am Boden, das finde ich an, wie sie ihn. Danke. Okay, Schlüssel. Kann ich was drücken? Hm. Aha. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachtturm? Auf der Karte vorher. Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt es dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Was ist denn hier mal zu? Wir müssen nur benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Benny. Und wie von Zauberhaft. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Stopp. Scheiße. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Nein. Okay. Okay, vorsichtig. Oh, das ist ja so nicht gut da. Gleich da. Gleich da. Da kommt Emily. Beifüß. Ich bin gleich durch. Heiliger Strohsack. Zum Glück ist es vorbei. Ja, aber echt. Oh, süß, Basti. Oh, süß, Basti. Wir müssen ja runterklettern. Wo runterklettern? Im Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath geht einfach auf und haut ab? Nein. Aber sollten wir uns doch einen verstecken. Oder warten ab und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet ihr nämlich von uns. Das erwartet ihr nämlich von uns. Wie beleuchten die Objekte? Okay, was ist es diesmal? Ist sie weiß aus? Es ist weiß. Ah, sie ist weiß. Okay. Meine Köpfe rollen jetzt gerade aus. Ach, hier sind noch M. Ach, ne, ich scheine noch Beth runtergestoßt. Pass auf, wohin du trittst, der M. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, um in einer verschneiten Klippe zu stürmen. Oh. Oh, nein, was ist das? Keine Aktion. Oh. Scheiße, oh shit! Oh, ja, oh, hi. Oh, ja. Oh, ja, oh. Oh, ja. Oh, ja. Hallo, Nachbar. Was geht ab? Was ist das, was ich mitbekommen? Wie hat der letzte Teil das gesagt? Es ist beeindruckend, wie das Sand, wo es so alles hält. Kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich. Nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. So, Leute. Wenn ich schon so anfange, wüsste ich eigentlich schon ein bisschen was los ist. Ach, ich glaube. Ihr wisst es? Ihr wisst es? Es zeigt den Stream vorher seit Ende zu setzen. Nein, passt. Ich bin überhaupt kein Geschenk. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Moment, mal kurz. Das ist mit der Pumpe. Das ist auf dem Katzenzimmer? Ja. Das ist das große. Ja. Das passt bei dir nicht rein. Ja, man, noch das Kamera haben wir da auch noch. Das hat dann letztes Mal als Wartier auch so gesagt. Nein, das war das kleine. Ja, das war das kleine. Nein, das war auch ein bisschen. Ja. Ja. Max, wir haben einmal ein Einzelbett mit Luftpumpe und einmal das Doppelbett mit Luftpumpe. Ach, ich habe noch eins. Ja. Doch, es ist Zeit. Das war's. Ach, was du warst, ist nämlich das Pumpe, wenn du dir das reinzuhöpeln. Sorry. Doch, Pumpe, ich tue es echt, weil es ist ja noch echt spät. Ich würde gerne noch mit ihr noch telefonieren, habe ich heute noch gar nicht gemacht. Und ein bisschen der Sex wollte ich auch noch spielen, deswegen muss ich jetzt langsam doch leider aufhören. Aber ich glaube, es hat euch echt Spaß gemacht. Aber es freut mich, dass es euch Spaß macht. Wir sollten es euch aufhören, aber ich muss jetzt leider... Wenn du sonst was hast, Daniel, egal was, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Okay. Na, wenn du Schmerzen hast oder die Käse nicht gut... Ja, Lisa, wir haben einen Schlafpartner heute. Danke, dass sie jetzt nicht zugeschaut hat. Danke, dass ihr fleißig im Chat aktiv gewesen seid. Danke an die Masse, die da heute fleißig dabei gewesen sind. Ähm, Daniel? Wie sieht's mit Trinken aus? Wie viel hast du heute getrunken? Ich beende schnell. Bis dann, euch noch einen schönen Abend. Magst du lieber nochmal streamen beenden? Ach ja, stimmt. Bis dann.